und zurück zu dark souls 3 herzlich willkommen zu einer weiteren folge in heutigen serie oder folge sage ich mal werden wir gegen den prinz lorian in die schlacht ziehen hatten wir schon mal probiert in der letzten folge glaube ich zweimal hat leider nicht so gut geklappt jetzt schauen wir mal wie es heute klappt dann wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen naja schauen wir mal echt brutal mit der ausdauer ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, scheiße. Und wer ist das noch? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Missgeburt Missgeburt Mann, Mann, Mann Missgeburt Und wenn wir Essos nehmen Musik 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 Ja, Baby! Down! Nein! Was ist denn los? Ich dachte, er ist down! Okay, schau mal in eine Runde noch, komm! Jau, der ist jetzt down! Missgeburt! Oh, geschafft, Leute! Uh, war krass! Fürst in Asche, Seele der Zwillingsprinzen! Den nehme ich doch gerne an! Okay! Jetzt machen wir erst das Bronfire an! So, geht's jetzt noch weiter? Wir schauen uns noch ein bisschen in dem Raum um! Vielleicht gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube aber wahrscheinlich eher nicht! Seelen haben wir keine! Okay, dann würde ich sagen, zurück zum Feuerband schreien! Und dann glaube ich, war es das auch schon wieder mit der Folge! Weiter geht's dann... Äh... In dem Drachengebiet, würde ich sagen! Da haben wir ja schon die Geste bekommen! Feuerband schreien! Puh! War wirklich einer die herzen Bosse bis jetzt! Also, da hatte ich schon ein bisschen zu tun! Na gut, dann würde ich mich freuen, wenn er wieder einschalten würde zur nächsten Folge in den neuen Drachengebiet! Wenn's euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen! Oder auch über ein paar Kommentare! Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Ciao! Euer Andi!